. 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 Nacht. Rennen. Wieder mit Red Dogs. Jawoll. Und die Cops. Viel Spaß. Hallo Leute. Willkommen zurück bei Red Dogs. Für unser Let's Play Need for Speed Hit. Nicht mehr. Was Wanted. Was Wanted. Das war vergangenheit. Und jetzt habe ich euch gesagt. Wir machen Nachtrennen. Und dann fahren wir Nacht. Oh, aber ich wollte auch überhaupt nicht diese... Nein, ich wollte nicht diese Fahrzeuge. Aber gut. Man könnte sowieso nochmal... So. In jedem Rennen dürfte man auch die Fahrzeuge wechseln. Oder... Ich gehe noch einmal in die Garage. um... Es ist auch... Ah. Selbst so eine Nacht hilft dir ein Gefühl für die Stadt zu bekommen. Ja gut. Wir haben noch sowieso nichts verloren. Jawoll. Immer rein mit dir. Such dir ein ruhiges Plätzchen. Ja. Äh. Zu Porsche. Jawoll. Und wir gehen... wieder Nacht. Und da war auch eine... äh... Kampagne Mission. Die könnte man auch absolviert normalerweise. Denke ich mal. Es wird auch nicht verkehren. Okay. Dann fahr mal los. Ich muss auch gucken auf die... Schauen auf die Karte. Wo war diese... Ah. Wir haben noch sogar eine Rennnachte. Der läuft... Spring rennt. Okay. Das könnte man machen. Das könnte man machen. Dann fahr mal in. Oh je. Oh je. Was wollte der von mir? So. Was hat der gesehen? So. Erstmal. Rechts fahren. Weil sonst... kriege ich Probleme. So bekomme ich Probleme. Mit Verkehr. Okay. Sieht gut aus. Das ist die Rennen. Ah. Ihre. Okay. So. Dann. Hoffen wir, dass funktioniert alles. Dass ich keinen Unfall bau. Oder so. Und dass wir aber noch Erfolge haben. Dass ich schon Erfolge habe. Ja. Die ist schön böse. Und so. Fahrzeug ist schön böse. Okay. Mach mal Nidro. Leute. Oh. Das war keine schlechte Motoren. Oh. Jetzt. Jetzt. Da habe ich einen Fehler gemacht. Oh je. Ja. 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 Das war gar nicht gut. So. Ich komm wieder zurück. Ah. Der erste ist gerade vor uns. Was fahrt der? Ein BMW M4, oder? Ach ja, BMW M4. Okay, er war gerade... Sitz. Der Sprung habe ich nicht erwartet. Okay, abkürzung. Oh, und was ist mit dieser LKW? Noch 400 Meter, jawohl. Wenn alles gut läuft... Uh! Okay, das ist super gelaufen. Aber nachts muss man immer aufpassen. Das ist klar, dem Izt Stüff. Sprintrennen. Ah, da haben wir noch ein Sprintrennen. Gut, man verdient nicht so viel. Das ist auch die Sache. Das Tag über verdienst du mehr als nachts. Aber egal. Das muss man auch abschließen. Das wäre genau in die nächste LKW. So Stüff. Okay, ich sprit rein. Okay, wir werden mal sehen, was uns bringt, diese Sprintrennen. Oh je, das ist stürmisch. Ich seh nicht mehr. Ich seh nicht mehr. Okay. Oh, weil jetzt dieses Mal scheint auch wieder viel Kurve am Anfang, das ist nicht was ich mag. Okay, Nitro. Oh, ja, was ist das los? wieder dieser verkehr die wollen mich alle überholen so der kumpel die mich überholen aber nein nach hinten die sehen gerade das kommt kops okay die kops da kriegt man auch ein bisschen Ärger oje oje ob die Schmerzen und ich war und erster und er war jetzt abkürzung gefällt mir immer ok jetzt hab ich die Cops die Cops sind auf dem Start die für zwei und ich muss auch versuchen dass ich keine Umfrage die Cops ok fahr mal weg, fahr mal weg, fahr mal weg nein nein oh schon jetzt das war eine schwierige Manöver aber ich hab's geschafft 3 Cops auf einmal 3 Cops auf einmal das ist sehr schwer oje oje das mag ich überhaupt nicht wenn die Cops sind am Start wir wollen Bruce Bruce Ärger machen ok ich bin ein Garmer hohohohoho und gehen mal runter aus dieser I-Way oh, aber da sind die alle da, oh je, okay okay, okay ah, ich hoffe nicht, dass die haben mich wieder gesehen oh, 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 oh ja, na, 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 ich kann nicht entkommen was, die Chance, ihr bekommt keine Chance okay, nicht wohl, nicht wohl, nicht wohl aber ich habe keine Wehe okay, das macht wirklich Spaß die ganze Zeit hinterher zu haben so, jetzt die Tür verbeugen, na ja habt ihr Glück, das ist ja die Tür ich war auf Rot, aber das ist auch keine okay, auf Rotfahrze Sport die Straße okay, ich habe noch einen Kopf, hat sich gegrasht ich muss jetzt raus ah ja, das ist auch nicht mehr lustig, die zwei oh, was war das okay, die haben trotzdem Geld abgezockt, okay ich glaube, ich habe nicht gesehen, das war als Sperrung auf die Straße ja, 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 okay, gut es könnte passieren okay ja, ja, die Wagen sah sehr schlimm aus ja, okay, okay, was machen wir jetzt ich muss trotzdem etwas nachfahren ich merke auch ein bisschen mit meinen Capture-Card scheint jetzt besser zu sein aber man könnte jetzt diese Story-Mission machen wo war das das haben wir nicht gemacht, okay aber ich wollte die Story einfach weiter antreten ich muss auch gucken, wo das ist da haben wir viel Rennen man könnte sogar ihre Starten oh, die bringt schön einfach mehr okay 4000 ich muss einfach wieder an das Geld ein bisschen zurückkommen aber mit dem Pull muss ich aufpassen ich darf nicht erwischt werden ok, Sprint Rennen ist Prestige dann fang mal an ja, die ich sage fang mal an das Prestige Rennen zu fahren ok, ok es fang gut an, dass ich aber auch keine Nitro mehr rumstarte oh, jee Nein, 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 nein. Weg! Okay, Mama, mit rau. Ah, ich hab's nie gesehen. Ich fach nicht so gut, dachte. Aber das ist auch mehr verkehrt, als tagsüber. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Okay, ich komm zurück. Zu Glück. Boah. So, erster. So, noch 400 Meter. Und da steckt diese idiote LKW da. So, wir haben die Rennen absolviert. Das war auch nicht so leicht. Aber ich sehe schön, dass man könnte. Ja, wo ist diese Story-Mission? Ah, die ist ganz intern oder wie? Boah, aber das gibt auch viele Rennen. Das habe ich auch nicht gesehen. Ich glaube, wir sollen... die ganze Stufe 3 erreicht. Erreicht Stufe 3. Okay. Na gut, aber ich will einfach nicht unbedingt diese Stufe 3 erreicht. Aber da sind noch ein paar Rennen zu fahren. Ja, okay, gut. Man könnte diese fahren. mal. Goldpfeile. Okay, ich fahr mal da hinten. Ich fahr mal da hinten. Oh, aber da gibt es Polizisten. Okay, aber ich muss Abkürzung nehmen. Ich will mich noch nicht so an mich wie die Cups. Ich will mich noch nicht so an mich wie die Cups. Okay, das regnet. Okay, das regnet. Oh, je. Nacht, das ist trotzdem eine Herausforderung. die ganze Zeit. Die Polizisten sind sehr, sehr viel unterwegs. Und ich muss aufpassen. Nein, 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 nein. Was? Was will der? Was will der? Dein Auto ist Frank, Frank. Sag mich noch mal. Kannst mich denn kommen. Ich bin hier an einem Porsche Cayman dran. Dass du dich anbieten willst, dass wir nicht zu schnell vergessen. Ja, ja, ja. Ich könnte 10.000 bezahlen und und er lasse mich in Ruhe. Nein, nein, nein. Ich rette mich nicht von meinem Geld. Ich komme hier, Knabe. Die anderen hängen zurück. Lässt sich das ändern, Zentrale? Keine Chance. Wir sind heute Nacht komplett unterbesetzt. Ja, ja. Ich versuche, ich versuche. Aber... Denk an die Gesetze von hinten und schlag zurück. Fieferzeug hat uns knapp geengt. Dann warum sind unsere Karren eigentlich so lang? Okay, jetzt. Oh. Oh. Ich habe den Job abgesetzt. Aber mein Fahrzeug ist auch einfach beschädigt. Ich muss einfach auch das reparieren. Wo war eine Tankstelle? Das wäre einfach auch optimal. Eine Tankstelle ist für mich. Okay. 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 Da bleibt Reparatur. Zwei Stück. Alles gut. Das ist gut. Das ist ganz schön. ok und ihre soll die rennen sein oder rund kurz rennen ok aber man hat trotzdem ein bisschen geld verloren die letzte seite auch fisch das mal gewinnen noch ein bisschen geld und das wäre auch die letzte rennen weil ich sehe gerade die zeit 26 minuten und kurz rennen pfeilen ok dann sind wir am start ja aber zumal das spiel blockiert ich weiß nicht warum ah das war klar ah diese Krockenwagen ehrlich weil du brauchst keine Krockenwagen dann kommen die jetzt gerade oh der hat Abkürzung gelungen super oh nein 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 da kommen die Kops und ich bin auch falsch schreien nicht mehr wusste wo ist die reine schön schwer zu verstehen wo war alles zu ich und fast ем Ok, jetzt stüge ich die Stücke. Schön, ein Chaos für diese Rennen hier. Jetzt kriegt man Ärger mit den Gops. Boah. Mit einem LKW, das war knapp. Und dann geht's. 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 Noch 500 Beta, ja. Okay, aber jetzt haben wir Action mit die Cops, ne? Oh, die Bände. Nein, nein, nein. Keine Bände. Keine Bände. Keine lange Bände. Oh. Oh. Nein, nein, nein. Du hast mich gesteht. Hat schon jemand ein Update für mich? Wir haben es nicht hingekriegt. Noch nicht. Machen wir einen Kauf oder was? Ich hab die Besäume, bevor herkommen. Jetzt die Party leider ohne Verstärkung frei. Verstärkung. Ruhe kommt für dich. Ich hab den Wagen schwer erwischt. Wir haben für euch Dauer gebeten, aber wir haben weiter vorne trotzdem ein paar Tiefel für euch, Papa. Boah, die sind ärgerlich, dieser Cops. Nein, dein Wagen ist nicht schnell genug. Was wird denn von mir hier wieder? Was wird denn von mir hier wieder? Ah, die Cops. Ah, die Cops. So, die Cops sind schon fertig. Okay. Ah, starke. Starke. Schade. Oh, okay. Was hat dir der Wagen getan? Oje, oje, oje. Jetzt hab ich einfach viele Ärger bekommen. Ah, das ist wahnsinnig schwer mit diesem Polizisten. Ah, jetzt bin ich Level 15. Ah, okay. Aber ich verliere sehr, sehr viel Geld. Aber dadurch, ich werde auch sagen... Oh, wir haben etwas Neues. Äh, Aktivität, äh, Reparatur, Nitro, Killswitch, Stossender. Okay. Das könnte mal gucken. Was kostet eine Items? Kille. Das kostet 10.000. Okay. Okay. Das könnte man kaufen. Weil da, das ist bestimmt, äh, für die Cops, äh, zu... Äh, ich glaube. Ich bin auch noch nicht sicher, äh. Aber so steht dieses Item, mach das Fahrzeug bei Aktivierung. Immun gegen Killswitch Attack. Okay. Aber sowieso, jetzt werde ich sagen, wir treffen uns tagsüber jetzt. Weil Nacht, ja, wir haben sowieso Level 15 erreicht. Aber wir brauchen wieder Kohl, weil... Jetzt die, äh, Cops-Verfolgung, das waren Verbieter, die ganze Zeit. Aber bleibt dran, das geht weiter. Ciao, mach's gut.